Hey yo, das geht an dich, Ratti. Diesen Test. Habe in zwei Stunden geschrieben. Weil mehr bist du auch nicht wert. Hey yo. Yo. Andi. Franzi. Hey yo, hör gut zu. Hey yo, die Ratte. Die 60 Stunden. Vorm PC. Trittst und schwitzt hier. Er macht mit Ramsey auf E-Sportler. Doch Mika F. entleppt ihn, sieh alleine hier. Die Rattenfresse zieht sich öfters mal den Eichelkäse rein. Doch mit seiner Brille zieht er her. Aus wie ein Schwein hier. Jeden Tag Fortnite hier. 16 Stunden mit Cola und Pizza am PC hier. Doch Plan Spielbörse. Um 3 Uhr nachts. Läuft. Einfach scheiße hier. Selfmade. Musik. Einfach fest Musik. Ja, Franzi. Schürt den Ofen an. Und dürft den Auflauf in die Ecke. Und Ratti warnt dir. Hey yo. Und ich stell die Rattenfalle auf. Aber. Sieh vorher deine hässlichen Blaunschuhe raus. Zu schlecht. In Mathe. Und für sich du keck. Selbst in Fortnite. Selbst in Fortnite. Baller ich dich easy weg hier. Hey yo. Hey yo. Deine Locken sehen. Aus wie ein Nudel auf Laub. Von Franzi. Und nicht mal das Ganze hier. Jeden Tag Fortnite hier. 16 Stunden mit der Cola und der Pizza hier. Doch bei Klanspiel Börse. Schrappst du einfach rein hier. Ja. Du debst einfach mitten im Unterricht rein. Und jeder sieht es und denkt. Was bist du nur für ein hässliches Schwein. Ja, 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 ja. Hey yo. Roslondon Styler. Hat dich übel hops genommen hier. Du traust dich nicht mehr. Mehr mit dem Zug zu fahren. Weil du einfach die ganze Zeit nur von ihm. Geleitet und zerstört wirst hier. Hey yo. Aber heute bisschen. Räumf ist sehr. Die hässlichen Locken schneiden lassen. Aber pass auf. Auf deine sanfte Babyhole hier. Yo.